RB Leipzig schmeißt Max Eberl raus. In Leipzig knallt es schon einen Tag vor dem Knaller gegen Bayern. Grund für den Rauswurf soll mangelnde Identifikation mit dem Verein sein. Die Leipziger hat es offenbar gestört, dass Eberl die Bayern-Gerüchte um seine Person nie mit einem klaren Bekenntnis zum Verein dementiert hat.